Ja, die Befriede-Beschreibung bei Instagram. Heute geht es um das Thema Befriede-Beschreibung bei Instagram. Ich sehe viele Accounts, die das noch nicht richtig machen, weil sie nutzen das einfach nicht, dass sie damit ihre Firma oder ihre Dienstleistung präsentieren können. Du hast 150 Zeichen zur Verfügung mit Emojis und besonderen Satzzeichen. Das Problem ist, dass viele die Struktur nicht hinkriegen. Und die Struktur ist halt, indem du das vorbereitest. Du kannst es Instagram am Laptop oder am PC halt benutzen und da die Profileinrichtung einrichten. Und dazu kannst du die Notiz-App von Google nehmen und da kannst du die besonderen Satzzeichen auch einfügen und die dann rüber kopieren in Instagram. Und du solltest halt immer sagen, wer bist du, was bietest du an und warum sollten sie dir folgen. Und das in so einem kurzen Elevator-Pitch dann präsentieren, dass die Leute auch sehen, dass es sich lohnt, deinem Account zu folgen. Alles klar, vielen Dank. Ciao. Das war gut.